. Schon gehört, du? Schweres Unglück bei den Franzosen. 600 Mann sind angeschlossen. Da müssen wir doch rüber. Außer nicht die Franzosen. Wollen wir vielleicht die Komponente rausholen? Kumpel ist Kumpel. Wenn wir ins Leben bleiben, Zeit und wir singen, muss man von den Kriegern gehen. Oh, Frieden! Ich freu mich richtig auf den Graben, weißt du? Auf den Studenten, und auf die anderen Kameraden. Das ist nun mal so, wenn man so lang gemeinsam im größten Dreck gelegen wird. Das ist wirklich krass. Erstens für meine Frau. Bravo!